I'm finally facing it all Fearless Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry New Dawn Mit Spexy Maxi Moin, ich bin einfach unter die Welt grad gebuckt Alles klar Digga Du hast den Punkt gefunden Bin ich tot Einfach Ich bin unter die Welt gebuckt Papa ist gestorben Ich bin von diesem Turm runter und dann in die Welt reingepackt einfach unter die Welt Ich habe einen guten Tipp bekommen Die Highwaymen haben Trucks voller Beute und Herstellungsmaterialien Oh, ich auch Vielleicht kannst du sie ihnen wegnehmen Das könnte sich holen Oh Scheiße Buckista So, verpackt Hier liegt ein... Sturmgewerke Ja, was? Soll ich eigentlich schon mal weiter gehen oder... Soll ich warten bis das bei uns Ja... Zwei... Eins... No... Uh... Neuer Tierbau entdeckt Neuer Tierbau entdeckt Das könnte ich jetzt geben Ja, warum nicht Ja, doch Ich habe auch keinen Fall Aber ich kann herstellen Natürlich, ich kann herstellen nochmal Du musst auf irgendeinen Dann kannst du da Verbrauchsartikel herstellen Oder L1 gedruckt halten LB meine ich Oh, da kannst du... Können ich herstellen Können ich herstellen Oh, da geht's Okay So... Oh, ich sehe die Stimme Oh, ich sehe die Stimme Verschaffe dir irgendwie Zutritt und bring ihn nach Hause Viel Glück, Cap Bleib bei Pistolen Oh, da geht's Oh, da geht's So... Oh, das ist doch Is das mal ein ... Oh, Alter Was einfach schwebt! Komm schon! Was einfach schwebt! Was einfach schwebt! Was einfach zitieren willst! Hier müsste ich noch mal eine Shotgun nehmen! Es bleibt bei der Shotgun! Okay! Die streut mich zusammen! Ach so! Ich bin das in den Regaliger! Hm, ich tu hier noch ein bisschen! Erkundeln! Oh, da können wir noch mal Gegner! Was gibt's da auf dem Turm? Gibt's da was schönes? Müssen wir mal schauen! Boah, gucken wir doch mal! V-Pistolen-Munition... Sieh! Hmm. ich will hier noch ein bisschen zu looten was gibt es hier schönes so arch alter krass man kann sogar legendäre waffen faust war für blaue plastik es kann nicht es kann so Boah ist das doch schon geblendet Jetzt wollen wir reingehen Hier 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 ist ein Loch Ja, ja, ja Ich glaube, wir haben ihn plötzlich gelootet Ja, ja, ja Ich habe ihn plötzlich gelootet Oh, ich muss auf die Mucke bis zu spät ein bisschen leiser Oh, ich muss auf die Mucke bis zu spät ein bisschen leiser Oh Schottweil, du schottweil! Schau mal. Schau mal. Oh mein Gott, ich dachte du wärst tot. Ich hätte wissen müssen, was du schaffst. Und du kommst wegen mir zurück? Du bist verrückt, du kommst wegen mir zurück. Ja Rush, wir sind halt cool. So ist es. Nee, das ist bestimmt zu wenig wenig. Kannst du dich auch da draufsetzen? Aber alles gut. Ja. Simon und ich haben euch diesen Gefahr nicht geschickt. Wo bist du? Ich steig gerade durch den Sand raus. Okay. 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 Das war's fürstürblich. Aber wenn wir so einen Teil hätten wir das natürlich auch, geil. Wir sind an uns dran. 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 Ah, sein Bike ist am Arsch. Ach, sein Bike. Der Bein verstanden. Der Bein ist verdreht. Sein Bein verdreht. So eine kleine Pussi. Okay, was haben wir hier ein schönes... Geht, da drüben noch, sollen wir das noch kurz looten? Okay. Ich muss auch noch mal alles in die Luft jagen, oder? Das kann man nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das muss weitergehen. Fühlt sich doch immer wasch. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Diese Leute hatten irgendwas, was ich nicht erklären kann. Schon unnötig, so weit jetzt zu laufen hier. Und auch einfach in dein Auto umsteigen können. Eigentlich schon. Eigentlich schon, aber du musst dich machen. Ich bin ja gleich da. Du musst doch mal Munition für mein Gewehr herstellen. Da war ein Feuer auch drin. Dreckige Schlange, Alter. Dass wir so schnell eine Aussprachigkeit haben. Das wir so schnell eine Aussprachigkeit haben. Wir sind zurück, meine Freunde. Oh ja, ja, ja. Oh ja, ja, ja. Oh ja, ja, ja. We are back, my friends. So, weimerschön lässt. Oh, langsam, ganz ruhig. Oh Gott. Rush, die haben dich aber ganz schön zugerichtet. Es geht schon. In ein, zwei Tagen bin ich fit. Hab ich richtig gehört? Du bist Thomas Rush? Und du musst Carminas Mom sein. Sie hat mir viel von dir erzählt. Deine Tochter ist wirklich zäh. Das kannst du laut sagen. Carmina. Carmina, hol den Alkohol. Okay. Dann schauen wir uns die Wunde an. Vorsichtig. Du musst mein Hüftgelenk einrinken. Sehr schön. Nur du bist übrig? Ja. Tut mir leid. Kann mir kaum vorstellen, wie du dich willst. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr langer Spaß. Anantwortlich. Glaube auch. Bist du jemand, der 100% erreicht? Also auch... Alle Nebenquests macht? Ja, eigentlich schon. Es besteht nach Hoffnung, Rush. Wir bauen das hier auf und befestigen es, wie wir es geplant hatten. So leicht ist das nicht. Wir hatten speziell... Ich würde sagen, wir holen uns gleich mal ein bisschen Ethanol, dass wir irgendwas hochmachen können. So wie wir. Du hast es schon mal geschafft. Zeig uns wie. Wir werden mehr Leute brauchen. Sie müssen bereit sein zu lernen. Und zwar schnell. Alles klar. Okay. Jetzt das Gelenk. Bereit? Ja. McKellen. Los. Hä? Du? Nein? Nein. Nein. Also gut. Fangen wir an. Wo, 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 wo! Hey warte! Die wirst mit ausruhen. Gute Idee. Hahaha. Och man... Rush, Digga. Ach Rush. So eine Flasche, für was auszuhuern. Selbstgebauter Seitenwagen. Hab ich grad bekommen irgendwie. Was geht hier? Okay, jetzt können wir mal die ersten Sachen herstellen, oder? Aber ich glaube, ich warte mit Herstellen noch. Ja, schon. Als wir das einmal hochgemacht haben. Und diese Seitenlagen haben wir ja schon. Boah, Digga, der Blood Dragon sieht krank aus. Einfach Heli, Digga. Ich hab Blood Dragon. Äh, Dings, Ähm, Elite Wagen. Ah, ja. Der sieht krank aus. Ich will den haben. Das ist auch ein Prestige-Ding. Ich glaub, du musst es mal kaufen. Naja, da steht ja Dings. Ach so, oder. Oder 400 Coins, okay. Okay, aber wo kriegen wir jetzt Ethanol her? Karte? Bei diesen Außenposten. Oh, der ist doch hier. Oh, der ist doch hier. Ich hab'n Weg hier gesetzt. Okay, aber ich würd' sagen, wir machen kurz mal ne Pause. Fünf Minuten. Oh, der ist voll weit weg. Muss doch Nähren noch geben. Ich guck mal. Ah, doch. Na, na, doch, der hier. War schon richtig. So weit weg. Ah, ich kann doch auch weg. Gut, das ist jetzt okay. Gut, das ist doch auch ein Außenposten. Ne, ne, stimmt schon. Das ist halt auch geil, dass die halt auch die Dings anzeigen, die Nebenmissionen. Bei mir wird da jetzt keine angezeigt. Bei mir wird angezeigt, finde alle fotografierten Orte in Hope County. Ja, das auch. Aber auf der Karte wird's nicht angezeigt. Ne, da muss man halt auch verfolgen drücken. Oh, das kann ich irgendwie nicht machen. Was wahrscheinlich du machen kannst. Ich hab' jetzt Dings markiert, diese Basis. Und Waffen können wir auch machen, aber wir müssen, äh, so ein Ding finden. Äh, Werkbank. Werkbank. Hier ist ne Werkbank. Gibt's hier doch nicht. Ich hab' dich... Oh, geil. Geil! Was kann ich denn schönes machen? Waffen herstellen. Pisten. Gut, das ist ein MP5, könnte man erst stellen. Sturmgewehr können wir machen. SVD, M60, Astbo. Ich glaub, das wird das Erste sein, was ich hochmachen werd' hier. Was? Die Werkbank, wenn wir genug Gitter Null haben. Schraubrohr, Schaufel. M9. Äh, wir haben ja... Ich kann die eine... MP kann ich schon nehmen. Submachine Gun, Militärschwaffe, der Space Force. Aber wie macht man das? Wenn man diese Club hat, dann kann man schon Sachen nehmen. Was? Was? Wenn man Ubisoft Club hat, oder wie es das heißt. Geh' mal auf die blauen Waffen. Ja. Und dann die Vector, die kannst du schon nehmen. Was ist denn ein Vector? Sei' mal Club. Da, die Stauke. Machst du den? Krass. Das ist eine Autonation. Ich weiß nicht, ob ich das Club hab. Warum, ich guck mal. Ja, ja, hab ich. Wie macht man die Werkmang hoch? Ich hatte Waffen, das ist... Ähm... Frage. Ach so, man muss wahrscheinlich insgesamt... Werkstatt hat Stufe 0 von 3. In Ordnung. Merkbank der Stufe 1 wird benötigt, um Waffen der selben Teil 2 herzustellen. Das heißt, es gibt so viele Gold, die man... Bloodthreaden, Alter. Aber wie kann man das hochmachen? Kann ich das nicht hochmachen, oder? Du brauchst 150 Ethanol, brauchen wir, um zu verbessern. Ja, aber ich kann's nicht machen, oder wie? Du musst davorstehen, und dann kannst du witzeln, bei Verbessern. Nee, das geht bei mir nicht. Wahrscheinlich, weil du hier Clubmanführer bist. Oh, schön, dass du es geschafft hast. Okay, dann würde ich... Sag mal. Was? Ich schätze mal, weil du Clubmanführer bist, oder? Komm mal her. Du siehst ja die Werkstatt hier, oder? Ja. Komm mal her, wo bist du? Da, wenn du jetzt davor stehst, steht da nur öffnen, oder steht da auch was anderes? Nur öffnen. Weil als ich vorher in meiner Welt war, da konnte ich auch viel besser machen. Hm, ja, okay. Genau. Naja, egal. Okay, Leute, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir beide auf... Ethanoljagd. Ethanoljagd? Guck mal, hier liegt uns so ein... Zahnräder. Okay. Das kann ich, dass ich auch noch was rumliegt. Kampenstationen haben wir eh hier. Hier können wir Expeditionen machen. Viel, viel Sachen. Du gehst schon deinen Weg. Ich habe gehört, Wade Fowler wollte... Ich denke, das, was du hier sammelt, das kannst du dann behältst du und kannst du dort bei dir dann, glaube ich, auch machen, keine Ahnung. Ja, muss bestimmt, muss sein. Ich habe auch mein Stimmbehalten. Und die Waffen. Okay, okay, Leute. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. The Giant und Spexy Boy. Ciao. Bis dahin. Ciao, ciao. Peace. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.